Hallo, ich bin Sprecher.de und ich möchte euch einen Klassiker der Werbeindustrie vorstellen. Einen Satz, den ihr kennt, den ihr mitsingen könnt. Er hat eine gewisse Schönheit, auch auf eine Art. Okay, den hören wir oft in Medikamentenwerbungen. Am Schluss, ihr kennt ihn, ihr könnt ihn wahrscheinlich mitsingen. Also, er geht so. Ich spreche ihn. Für euch. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und Sprecher sind ganz oft angehalten, diesen Satz möglichst schnell zu sprechen. Das liegt daran, dass Spotpreise so unglaublich hoch sind im Fernsehen. Ja, das kostet so viel Geld. Und dann sitzt dann so ein ganz gestresster Producer und ein ganz gestresster Werbemann sitzen einem gegenüber und sagen, Hey, du musst das Ding schneller sprechen, weil sonst habe ich keinen Job mehr. Und deswegen tun wir Sprecher unser Möglichstes, Jobs zu retten. Und deswegen versuche ich diesen Satz nochmal ein bisschen schneller. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und nochmal. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt wird es langsam unfreundlich, ne? Ich versuche es nochmal mit mehr Lächeln. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. So. Und ich finde, dieser Satz wird einfach unterschätzt. Ja, er ist so schön. Man könnte ihn auch ein bisschen emotionaler sprechen. Ich mache das einfach mal. Wahrscheinlich, weil es noch nie getan wurde. Jetzt hier die emotionale Variante des berühmten Apothekersatzes. Vielleicht mit ein bisschen Musik drunter. Ihr werdet überrascht sein. So. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und wenn keiner mit dir reden will, dann brauchst du eine Stimme. Ich bin Sprecher.de Ich bin Sprecher.de Ich bin Sprecher.de